Die Welt ist voller Gefahren. Aber die grösste Gefahr für dich... ... bist du selber. Ist alles Gold wert. Die Aussage ist nicht da, in dem Stuhl und bist gefangen. Musst dir tagtäglich irgendwelches Gesülds anlosen für die Leute, die das Mitleid haben. Das kannst du nicht machen. You want to go kill yourself? Okay. Go ahead. Ist das ein dummer Witz, oder was ist das? Wenn ich mit dem zu den Medien gehe, bist du geliefert? Die Käse ist mir scheissegal!